so da bin ich auch schon wieder zurück direkt schon in der nächsten aufgabe die von eben habe ich noch schnell fertig gemacht also wie gesagt landet am besten in arena wegen den kisten bei slurpy so jetzt machen die aufgabe eliminiere gegner mit einer waffenriff jedes häufigkeitsgrad ist so dafür gehen wir schon mal definitiv nicht in arena sondern gruppenkeile so und in gruppenkeile versuchen wir uns wirklich jede waffe zu nehmen vom häufigkeitsgrad her so jetzt kurz in eigener sache ihr werdet auch im titel lesen oder in den zwei videos schon davor es geht um das gewinnspiel nämlich lieber skin verschenken oder passive code schreibt einfach auch wenn ihr komplett neue seite auf dem kanal schreibt einfach bitte in die kommentare ob ihren lieben skin haben wollt oder diesen 10 euro code weil auf der playstation ich glaube nämlich es ist entweder personalausweis oder kreditkarte nötig für den pcf code einzutragen sicher bin ich mir dabei jetzt gerade nicht aber wie gesagt schreibt gerne mal unten in die kommentare den code da unten werde ich natürlich trotzdem noch verlosen also alle zehn abonnenten kommt da unten eine zahl hinzu wenn du wissen willst wie das genau funktioniert mit dem einlösen guck einfach mal in der video beschreibung da ist halt ein extra video dazu so und schreibt natürlich euren epic namen rein weil wir müssen ja befreundet sein falls wir das mit dem skin machen dass wir schon zwei tage befreundet sind nicht dass einer dann aus den kommentaren gewinnt und wir sind noch nicht mal befreundet so wo gehen wir denn hin viele gehen zu retail ich glaube dann gehe ich hier rüber so was die aufgabe betrifft wir müssen halt wirklich eine graue waffe finden eine grüne waffe eine blaue waffe eine lila eine waffe und eine legendäre waffe aber ich hoffe einfach mal dass wir alles hinkriegen die legendäre wahrscheinlich erst später im loot drop aber wir werden einfach mal gucken so er geht dahin gehe ich mal hierhin so grün haben wir schon mal ja dieses ep geiern ist echt jetzt schon schlimm so da haben wir auf jeden fall schon mal was graues oh biggie lassen wir einfach mal so was in die scheißkiste doch eins oben oder wie ich war doch oben auch hier grün brauchen wir nicht brauchen jetzt noch blau lila und das ist auch schon legendär finden tun wir aber nichts außer grün ich wusste gar nicht dass ihr seid ihr hier schon mal gelandet außer wegen der aufgabe ich wusste gar nicht dass hier so viele kisten sind dann so blau das kann ja nicht wahr sein das ist immer so wenn man irgendwas so findet man nix falle bringt uns auch nichts wäre aber auch grün hier haben wir auch schon eine werkbank für eine andere aufgabe aber dazu welche separat noch was machen es kann nicht sein es sind nur grau und blau jetzt brauchen wir nur noch lila und legendär die zone macht auch schon auge wunderbar müssen wir uns wahrscheinlich gleich an loot drops dran wochzone ich weiß schon warum ich die zwei dinge nicht genommen habe aber einfach weiter suchen na toll wir nehmen die pump mit hier waren wir schon da auch unten auch ich weiß gar nicht kann man hier runter schwimmen hier ist noch eine kiste oben aber hier bei den lichtverhältnissen ist natürlich auch bescheiden zu lupen aber ist auch grün das kann ja nicht sein ich hoffe ihr habt mehr glück aber wie gesagt drei farben haben wir schon mal ein kill damit machen ist überhaupt kein problem behaupte ich jetzt mal so einfach ach ne die ist lila aber damit kann man kein kill machen grün grün alle farben nur nichts was ich brauch grün acht kisten schon aufgemacht sind eben mal nur grau und grün aber das kann doch nicht wahr sein aber das kann doch nicht wahr sein so jetzt gehen wir eh gleich down und dann gehen wir erstmal auf loot drops suche ey so machen wir jetzt mal die ersten kills ich weiß nicht ich glaube mit lila habe ich aber sogar eben schon gemacht weil ein kill hatte ich ja ich weiß jetzt nicht mehr genau welche farbe wir hatten oder ich hatte hier ist auch schleiner gelandet so erstmal blu life holen also entweder habe ich schon lila gemacht oder sogar wirklich schon ein Gold. Auf wen schießt er denn? Ach toll, Assist. Assist braucht ja kein Mensch jetzt. Boah, wie das am Längen ist. So, grün hat sich damit schon mal erledigt. So, grün haben wir fertig. Jetzt will ich noch grau definitiv haben. So, grau haben wir jetzt auch. Jetzt brauchen wir halt blau. Blaulieder episch. Macht blaulieder episch hier. Jetzt wollen wir hier keine Geklauen oder was. Ja, im Prinzip entweder hat er jetzt lila oder hat legendär. Ich weiß es halt nicht genau, aber das werden wir gleich schon rausfinden. Und? Dann ist es lila. Dann brauche ich lila. Ja. Also irgendwo her, ne lila, ne Waffe. Ja, ja, alle auf einmal. Aber jetzt ne lila Waffe finden. Aber ihr seht halt, ihr müsst halt wirklich mit jeder Farbe, die es gibt, treffen. Mir fehlt halt jetzt definitiv lila, 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 lila. Nein, da saut die scheiß Heilwaffe. Oh, die werden ja top beschäftigt. Boah, den Kill wollte ich aber gerade noch haben, ey. Also auf jeden Fall brauche ich noch lila, 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 lila. Ach, aber der Gegner hat hier die Zone gerade richtig schön im Griff. Ach, toll. Ja, das hier ist alles schön und gut. Bringt es aber nicht. Ich brauche lila. Ich brauche eine lila, eine Waffe. Mann, 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 Mann. Aber find doch jetzt mal was hier in dem Chaos. Oh, Gott, hey, ist ja nur Gegner-Squad. Ich denke, es liegt auch nix rum. Oh, Gott, was man die da rum. Ich will doch nur ne lila, ne Waffe, Mann. Ich hoffe echt, ihr habt mehr Glück als ich. Toll. Ach, da hinten sind... Ne, das ist wieder nur die Heilwaffe. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nur die scheiß Heilwaffe finde, ey. Oh, Gott. Kappa. ist ja alles schön und gut hier aber ich brauche eine lange waffe es geht heute noch aber hier liegt auch nirgends irgendwas rum wirks nirgends auch kein alter blut drauf zu lenken mensch ist zwar noch eine kiste aber ich glaube nicht dass da etwas lernes drin ist aber grundprinzip habt ihr hoffentlich soweit verstanden sind die die scheiß kiste da noch eine kiste gehört ja 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 die schleimappenköpfe also immer noch lila eine waffe hier liegt auch nirgends was rum ey das ist echt schon abartig ich glaube da wäre eine man da war eine lila gewaffe kann ich den ernst denn hier gott mein arsenal doch perfekt eigentlich stimmt einer so geht zwei nicht aufgabe leider nicht geschafft in einer runde aber ihr habt ja gesehen einfach mit jeder waffen art jeder farbe einfach ein kill machen ich habe halt einfach nichts lernes gefunden ich hoffe ich habe mehr glück in dem sinne würde sagen haut rein und bis zur nächsten aufgabe